Musik 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 Was habe ich euch gesagt? Du bist mit ihr, das zu spät. Und was machen wir mit dir wieder? Ich habe eine Idee. Du mit der Idee. Schau, wie weit du siehst, mit denen ich mag. Jetzt hör doch einfach mal zu. Jetzt müssen wir mit dem Zeitgegleich von der Nägel dran kommen, die den Sternen rücken. Verschleich uns einfach zum Sternschritt und schlägt uns den Stern auf den Start. Das merkt keiner von dem. Ja, das sei ja ja wirklich. Gott sei Dank, wir hatten schon gesagt, wovon kann ich gehen. Ja, das gab auch mal Zwischenfälle. Aber es war so schnell, den Stern auf den Start zu gehen. Was ist denn da? So einen wahnsinnigen Stern von der Nägelung habe ich noch nie gesehen. Ich habe dir ja gesagt, es gab auch mal Zwischenfälle. Aber das erzählen wir dir später. Du bist jetzt dran, also los! Das ist ein guter Mensch. Du bist jetzt dran, also los! Das ist ein guter Mensch. 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 Gott ist wahr. Gott ist wahr. Hast du die Verhandlung, die sie da verletzt haben, die du auch schon gefühlt hast? Gott ist wahr und ich habe in der Augen. Seitdem. Jetzt können wir uns ein bisschen wieder zurückziehen. Jetzt können wir uns ein bisschen wieder zurückziehen. Jetzt können wir uns wieder zurückziehen. Jetzt können wir uns wieder zurückziehen. Von mir hat er so genannt, dass ich nicht aufgängst, sondern jetzt aufgängst. Jetzt können wir uns wieder zurückziehen. Und nun hat er mir Zeit, dass man was tun muss. Jetzt können wir uns wieder zurückziehen. Jetzt brauchen wir nicht mehr. Jetzt können wir uns wieder zurückziehen. 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 Ja, wenn wir zuerst in der Klasse und auf und an der Show, dann können wir es wahr werden, dann kann es Weihnachten werden. In diesem Sinne wünschen wir alle fröhliche Weihnachten! Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.